oh hey leute und willkommen zurück ich bin mal wieder für eine kleine runde let's play zu haben wo nebenbei der po voll mit arbeit eigentlich noch gespickt ist aber mit dem riesen jumbo becher kaffee und einer extra dosis aspirin gegen die kopf und po schmerzen gibt es doch noch an dieser stelle ein feines kleines let's play und ich bin gespannt wie es mit max pain an dieser stelle auch weitergeht denn ich selber bin ja auch so ein kleiner story fetisch ist so eine kleine story schlampe deswegen mag ich auch an schadet beispielsweise ganz gern und lasst mich dann auch mal ganz gern überraschen was alternative spiele wie in dem falle zum beispiel max pain noch so zu bieten haben ich erinnere mich hier waren wir stehen geblieben bei mr asshole master sniper aber den können wir getrost umgehen umgehen soweit ich mich erinnere und einfach mal rumgehen genau knackpunkt war jetzt hier wieder diese ecke da mussten wir uns ja auch letztes mal was ausdenken wie wir hier in diesen spastekennasen vorbeikommen und ich muss mal eben kurz ich glaube das war cool wenn ich mich erinnere genau das war cool und mit cool gehen wir auch wieder okay hallo eine niedrige wiesene zwischen sequenz die armen sind bereits weggegangen okay gut das ist neu aber das ist cool vielleicht ist es ja eine extra programmierte leichtigkeit dass man einfach hier durch solche geschichten durch kommt ohne andauernd abzulosen der blutte noch aus seinem po da da oh mein gott oh ich blute party animals kennt noch einer von euch fantastisch stimmt hier war mr scharfschütze nach dieser ecke hier war ein bisschen money da war ein bisschen shit da war nicht doch hier hallo lassen wir ein bisschen painkiller dankeschön so schön kann es gehen meine Damen und Herren wir haben noch ein bisschen was über für diese ecke und da wundervoll ein sanfter rasch so viel bleibt nicht lange unbemerkt und diese kids stehen auf teures punkten punkt es wird technisch bei max payne headset so wie ich es hier gerade auf habe ist ja auch kaum auffällig die scheiben zerballert riesengewehr riesending in der hand nachher der überlebende ich erinnere mich na fantastisch und dann mal los hoppa und das stress super sicko latte bahia und das stress ich habe nichts mehr im lauf mhm was haben wir noch so da die ultrapump hallo 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 der ist auch alter der ist ok würde ich sagen mhm würde ich sagen make booster hier haben wir noch 30 da haben wir ein bisschen mehr shit Handwaffe da geht er durch mehr schlecht als recht egal komm her du bist wahrscheinlich eine pünken deswegen stehst du so direkt vor meiner nase oh shit na los what the fuck oh 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 eine chance bleibt mir noch oh und dann wird mich aber der andere gleich wieder metzeln oh nix für schwache nervenkinder ok oh was so geil man merkt ich hatte eine zu lange auszeit ähm ok 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 nehmen wir den nochmal mit oh 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 unklug ein typen mit na gut ok das ging ja noch steh auf steh auf nein hock dich hin hopp hopp den mal mit boom 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 ok so viel fürs erste den nehmen wir mal mit oh hier haben wir 15 15 da ist nix drin 15 hier ach du scheiße 20 15 was liegt bei den hier unten noch rum ok ok shatkan oder der das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof hm wird der noch mit putzleinchen ist es gescriptet ist es gescriptet ist es gescriptet dann hätte ich jetzt eigentlich ein paar gegner erwartet aber nein ohne gott wo viel dazu reload ähm da die habe ich doch gesucht dann nehmen wir mal einen wie können wir hier weiterkommen da ist dicht hab ich was übersehen hab ich was übersehen andere seite ist halt glaube ich hochgegangen egal somit haben wir ein paar pain killer mitnehmen können echt genau hier war es doch hm hm hopi ups scusi da wollte man ein bisschen durch die Gegend springen und dann ist es natürlich die bulletin geschichte liegt hier eventuell noch was rum lass mal schauen noch ein putzwagen kleines müllfässchen so das war fail wahrscheinlich geht es unten weiter ja okay weil sonst wäre das ganze ja nur halb zu witzig ich werde mit euch irgendwo zwischen diesen sitz rein steckt noch ein bisschen pain killer aber ich glaube wir haben jetzt nicht so bock die ganzen sitz rein durchzugehen nicht unten rum äh ich kann mir hier sowas erhaschen mal rumgucken wo die mich verkack eiern denn wahrscheinlich ja lol okay mal los ent preszen welch wir okay okay ähm oh 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 der ist gut das ist ja eher schlecht Oh, ich bin fast tot. La 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 la. Oh, Mädels, was machen wir da mal? Darum ist es auch nicht klein zu kriegen. Oh, letzter. Versuch noch mit dieser. Okay. Der Mister da drüben ist hartnäckig. Alright. Viel Munition gekostet. Da ist sogar noch was übrig da hinten. An Gegnern. Scheiße. Und da wird sicherlich noch mehr rumhängen. Würde ich meinen Arsch drauf halten? Ja. Hm, was machen wir da? Oh, oh, oh. Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh. Mies. Toll. Na gut. Dann versuchen wir es gleich mal auf andere Weise. Und wenn der dran ist, dann nehmen wir doch gleich die. Toll! Den nehmen wir weg. Wenn wir dann auch genug, die weg können. Und ein bisschen mehr Taktik da reingehen. Was zum Geier. Oh, ach. Oh. Wenigstens ein tick besser als vorher. Aber auch nur ein Tick, nicht wirklich der Rede wert. Nächster. 2,30. Scheiße. Dann wieder nochmal mit. Da hin, da hin, da hin. Das ist ja nicht hier, ne? Auch nicht. Woah! Okay. Alright. Notwendig, notwendig, so mittel. Hier gerade mal gut. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Kinder, 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 da schwitzt mir die Ritze weg. Gut. Wir sind gelörde Paine. Okay, besser. Ich werde trotzdem mal ein bisschen Kamikaze-Like nach hier unten laufen. Gucken wir mal was nachschauen. Okay. Ein bisschen Muni mitnehmen. Danke dafür. Hier sind Pokale, 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 jede Menge bla bla. Okay. 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 Hier ist etwas Besonderes dabei. Oh, nix. Einem Paine-Killer mit einer Pillen-Packung dürfen wir noch weitermachen. Okay. Da reicht nicht mal mehr mein Kaffee. Okay. Dann holen wir uns mal den Aufzug. Ah, köstlicher Kaffee. Frisch gebrüht. Wer trinkt auch gerade Kaffee? Finger hoch. Da ist keiner. Oder? oder? Allright. In the upper stands. I see you. Be careful. You got company. Supi. Ja, genau. Mit drin. Geil. Was zum Geil- Das war's für heute. Nächster. Okay. Und tschüss. Wohin verschwinden? Toll. Bällen sich da zwei Schafschützen. Super Idee. Wahrscheinlich. Wohin, 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 wohin? Runter. Also ich mach mal hier rein. So. Ja, geil. Miss, miss, miss. Gut, wie kriegt der nach oben? Hochrunnen. Chance? Keine. Kindergarten. Stehe wieder auf. Komm, 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 komm. Komm. 2.500 Schüsse abgegeben. Hm. So. Jetzt bin ich mal der Schafschütze. Ich freu mich. Was ist mit dem Kind mit dem Geld? Ich weiß nicht. Es muss noch in dieser Sektion sein. Warte. Hör auf. Was ist passiert, Passos? Scheiße. Es ist eine ganze Gang, ich bin vor meinem Weg. Oh. Ich habe eine Ammo, Bro. Ich mache dir eine Runde. Ich habe einen Problem. Ich versuche, dir ein bisschen Raum zu erklären. Ich dachte, Max ist besoffen. Ich gehe zurück, Bro. Oh, first world problems. Oh, first world problems. Help me out here, Max. Don't tell me you're out of handelung as well. Use one more of this. Oh, no. Durchhand in Brust. So, wer will noch mal? Wir hatten noch nicht. Nein, der zuckt noch. Links, links, links da. Und wundervolle Einstellung. Wieder in die Hand. Oh, Adrenalin. Nervenkitzel. Shit. Two more auf dem Kopf, Bro. Du bist ein Schafschütze. Sieht gut aus. Upsa. Nehmen wir den noch mal mit. Zack. Durch die Waffe. In den, in den was? Haben wir nicht gesehen. Schade. Gut. Boah, so seid schwörern. Sind die euch zu kur, man? Ja, da war ich letztens auch. Ist zu. Diesmal. Wo, 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 wo? Ah. Zielen muss gelernt sein. Komm, jetzt aber. Meine Fresse. Komm, schau. Licht irritieren, ja. Wann nur so eine Knarre vor dir liegen. Heine Güte. Da geht was. Und jetzt von hinten. In den Kopf tot. Surprise, Bot Sex. Anywhore. Now I got another sniper on me. Just let me deal with this guy first. Alright, Bro. I'm moving too. Stay in touch. Hello? Ich hab whatever in den Kopf gegangen. Das ist wie Planet Terror, falls er neneinander geguckt hat. Restricted area. Oh, jetzt ein paar YouTube-Videos gucken. Hey, Passos. Passos. I've got you on the security camera. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Jesus. What's going on there? Man sieht nix. I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Toll. Und können nämlich schön auf die Überwachungskameras gucken. Das ist natürlich herrlich. Und keiner hört sie natürlich an der Ecke reden. Okay. Well, there goes the money. Now we've lost the wife and three million bucks. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, all right. Come on. We're gonna get out of this place. Take care of that guy in the IT tower. There, man, should be. I'm gonna make a run for the light rig. I had a hole in my second favorite drinking arm. And the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. Ah, toll. Ach, Gartchen. Wer sitzt denn da oben? Cool. Tja, dann traut euch mal um mehr Ecke, Mädels. Na komm. Jetzt trauen sich aber mal alle nicht. Gut. Dann würde ich sagen, Gehen wir nochmal vor, ich stehe in diese Ecke. Oh, hallo. Er steht genau da an diesem Millimeter da hinten. Das ist ja zum Konzen. Oh. Weniger befriedigend. Ah, aber machbar. Okay. So, wenn sie noch, die haben alle die kleinen Putsis, der Dings... Okay. Okay. I'm going up. Good. Make it quick. Believe me, I ain't gonna drag this out. Mmh, me gusta mucho. Get our rein. Okay. 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 Kann ja noch nie wahr sein. Okay. Da muss man irgendwie mehrfach aufstehen. Immer noch nicht. Ich fass das nicht. Na, wo bleibst du? Okay. Letzter Versuch. Da. Ich brauche das Schnäuzchen voll. Da geht's weiter. Ich hab's verletzt Salpalo's most hallowed place of worship. Blah, 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 blah. Oh, oh no. Was soll man das denn machen? Meine Güte. Ich sehe ihn. Du bist gerade am Top of him. Jump the railing. Das ist eine schlechte Idee. Okay. Hm. Ja, hallo, Mr. Sniper. Ja, ich schieße dir so lange in deinem Schritt. Lebt noch. Er starb leider. Ich habe das Beste. Ich weiß. Das ist doch nicht Max Payne. Ich kann doch nicht irgendwo so abhauen mit dem Flugzeug, mit dem Berufsschrauber. Wo ist der Kameramann? Mach die Tür zu. Ja. Gleich doch. Es wird Zeit für Max, ein Schlöckchen sich zu gründen. Und willkommen. Kapitel 4. Oh, da hinten sitzt eine Frau. Party, Bruder. Guck mal, ne? Oh Gott. Arschgeigen. Pricks. Ich habe es mir übersetzt. So einer heißt auch nicht Tony. Racketeer. Pillar of the New Jersey community. Let's go. Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor for New Jersey. Oh. I thought I told you to get out of here, old man. Yeah, old man. Nice echo. Your gorillas have personalities of their own or they just agree with everything you said. Very funny, old man. Very funny. Very funny. It's hilarious. Yeah, has-been washed up all cops, you go on TV. Yeah. Tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old lady? Oh. 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 How you got involved with killers? Oh. I own this town, amigo. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad. Well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Hey, what's up? Hey, you don't take that from this punk tone. I ain't taking nothing from him. God has an already for tribal. Schöne Story. Könnte ich stundenlang zuhören. I'm a star. Anytime. Now say you sorry. You fucking has been caught, motherfucker. Say you are sorry. Say you fucking sorry. Look away from me. Don't you step. Yeah, sit doch mal zu. What you want first? Don't that clever, you fucking leather jacket dick shit, cop. Wieso kann ich über sowas lachen? Was soll das? Wie oft wurde jetzt schon fuck gesagt? Hey, stay right here. You don't know who you fucking with. Yeah, whatever. Max fucking Payne. How you doing, man? Max fucking Payne. So muss es sein. You remember me? Und er ist hackendicht. How past us? Come on, we went to the Academy together, man. You remember? Da auf'n Schluck Gin. Kaffee, meine ich. I spent five years on the beat in the Bronx, working homicides. I nearly got killed, man. I gave up. I got into private work. Here, Central America, Brazil, where my family comes from. All over. Ah, that's great. Travel, see the world. It keeps me busy. I take care of people, you know? Proper bodyguarding. I'm working for a good firm. I'm actually here on a bit of a recruitment drive. Yeah, well, why don't you drive on off back into the sunset there, Pesos? It's been nice catching up. At least let me buy you a drink. A drink? Yeah, sure. Anybody can buy me a drink. All right. Two more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit, I kind of like the guy. Hey, another round, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Cheers. What, I don't look like I go to Shakespeare or something? But I'm both. It's OJ! OJ! Cheers! Oh, it's going to be vida. You fucking know something to say to me? Yeah. Fuck off. I don't like spics who tell me to fuck off. Well, good for you. Now fuck off. Don't stare with me, whore. Fuck you, asshole. No dick asshole. What'd you say? Hey, you heard me. I'm not frightened of you. You spray tan guido douche. Girl, sure I had balls. I had to give her that. Tschüss. I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. Mmh, sieht aber gut aus, Max. Mmh. Oh, schade. Na, komm. Oh, da geht noch was. Hm, da ist noch genug Platz. Tja, Max kann ganz schön pissy werden, wie wir jetzt wissen. So, mal kurz ein, äh, Giler de Bain schlucken. Wieso sag ich das eigentlich immer so? Gibt's ja noch ein paar mehr eventuell, vielleicht in der Bar? Oh, ups. Oh, was goldenes. La, 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 la. Hier geht's nicht rein. Ja, hier geht's auch nicht rein. Und ich mag die Musik, die ist so schön. Und wir schauen trotzdem noch mal hinter die Bar, wo da was steht. Na, also, zwei Stück. Ein bisschen Kaffee und ein, und zwei Verwirrte. Hallo. Knärchen. Wir kommen hier weiter. Und wir freuen uns die Tür. Ja, die Tür. Oh, das war jetzt keine geile Idee. Oh, ach du heiliger Bumba. Ja, hallo. Hm, wer zuerst? Du. Und die Nummer zwei folgt so gleich in den Kopf. Uh, das hat eine. Oh, wie sieht der aus wie ein Max Payne-Klon von damals, aus den ersten Teilen. Uuuh. Ich will. Awesome. Mit dem Kopf. Okay. Okay. Danke da. Mit nem. Nichts Boxen, nichts Boxen. Blablabla. Awww. Ein bisschen nach der Frau. Oh, haben leider Unterwäsche an. Schade. Beziehungsweise Bikinis. Hier noch was Besonderes, was hier rumpflegt. Ein Jäckchen. Hm. Gut. Schönes Wetter. Passt jetzt zur Jahreszeit fast identisch eins zu eins. Na geil. Wollen wir was mit ein bisschen mehr Bums? Ne, leider nicht. Tja, dann würde ich sagen, lass das Ding mal fetschen. Und bitte. Hm. Hm. Hier sah sogar mal das Blut ganz witzig aus. Das war's. Ich dachte, ich würde sagen, die Bums. Aber es gab keine Zeit für schade. Das war's. Ja, das war's. Noch mehr von denen. Ja. Ja, das war's. Noch mehr von denen. Ja. 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 Das klappt auf Max. Sehr schön, passt doch. Okay, ist der wirklich hier hin? Never ever. Ups, scheiße. Hallo, ist gut. Okay. Zack. Ach, das war... Oh nein, was macht er denn da oben? Ach, scheiße, das hab ich gar nicht gesehen. Oh, dann geht's gleich weiter. Okay.